ich hasse diese viecher die sind so schnell ich sag euch man kommt nicht nach dem ziel falsch schade eigentlich bin er mal gespannt wo das sonst sein soll ja ich suche eine höhle andere richtung glaube ich noch da ja ich glaube es war in der anderen richtung oder nein mir fällt gerade was auf wo ist es denn ja ein bisschen durcheinander wie halt wie immer aber diesmal noch mehr da da ich weiß was von dumm hier ist es natürlich schau mal wie viel munition ich habe klar mit so einer kleinen waffe ganz einfach zu zielen und so natürlich ach der guh legt ja immer noch hier und jetzt halte ich mich hier oben so geht schneller mit f ich lerne immer wieder was dazu auch wenn man es nicht glaubt ach ja und vielen vielen dank nochmal für den tipp mit dem safe also dass man die dabei klauen soll hätte ich nicht gedacht hier schaut es nicht schlecht aus ich war ja schon einmal und es ist verdammt dunkel ich habe meine lampe an dann müssen wir noch weiter oder habe ich die echt noch nicht nein klemmbrett nicht spitze granaten naja nein eine schaufel die wir nicht nehmen können hier geht es aber nicht weiter es ist echt verdammt dunkel obwohl ich meine lampe anhabe dann müssen wir noch weiter oder habe ich die echt an ja sie ist an ich weiß gar nicht warum ich die am tag überhaupt anhabe aber ich mache es ja aus ja ich glaube ich muss nach unten aha sie kommt nicht nach verdammt entweder noch ein bisschen weiter oder hier kann doch nicht so schwer seine höhle zu finden ja dann noch weiter oder ist die wenigstens eingezeichnet nein die suche ohne waffe bin ich schneller ich habe ich auch eine hütte entdeckt die ich untersuchen werde wenn ich schon mal da bin wenn ich schon mal nicht durchkomme weil ich von allen seiten gefangen bin mhm wer ist denn hier gibson's hütte mhm solche häuser schreien geradezu nach fallen aber so unordentlich wie es hier aussieht finde ich eh nichts und lauf einfach mal durch so unordentlich das liegt da mhm 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 Äh, Rasenmäher-Messer. Mhm. Ja, hier liegt er. Ruhe in Frieden. Du hast eh etwas viel gesoffen. Ganz schön elendiger Säufer. Aber ich habe... Da ist Blut. Finger. Hier ist ein... Verdammt, Finger. Was man nicht alles findet im Ötland. Wir haben einen Finger mitgenommen. Wie krank ist das? Ähm, wie schwer. Holzhäcksler. Ach, viel zu schwer. Ein Terminal. Das werden wir gleich mal benutzen. Mentats. Da liegt noch was. Medex. Medex. Terpentine. Okay, wir benutzen das Terminal. Erfordert Schlüssel. Ein Terminal gesperrt. Wenden Sie sich an einen Administrator. Äh, hast du nicht einen Schlüssel dabei irgendwo? Mit dem Finger geht es nicht zufällig. Oh, da liegt ja was. Psycho. Ich werde mir mal den Finger anschauen. Finger. Hm. Jetzt haben wir schon ein Ohr, einen Finger. Vielleicht können wir mal Frankenstein bauen. Und ich habe ein Barrett der ersten Aufklärung. Wahrnehmung, kritische Treffer, plus 5. Okay. Für Sniper gut. Ein Jet. Ein Einkaufswagen. Ja, dann gehen wir halt wieder weiter. Halt, das ist noch was. Okay, wir gehen wieder. Oh ja, für Ödland. Ich will das finden, denn... Aber es könnte sein, ich bin hier richtig. Könnte auch sein, ich bin hier total falsch. Alles ist möglich. Die zweite Möglichkeit erscheint mir wahrscheinlicher. Ich bin hier falsch. Sowas von. Ab nach unten. Leute, das tut mir echt leid, aber... Ich bin zu dumm, hier eine Höhle zu finden, die ich einmal entdeckt habe. Ich hätte gleich aufnehmen sollen, als ich das gesehen habe. Hm, Früchte. Einfach gleich aufnehmen. Das muss irgendwie so ein schwarzes Loch sein. Und an der Wand hier. An der Felskette. Verdammt, wo ist es? Ich bin wahrscheinlich schon dreimal vorbeigelaufen. Ja, höchst wahrscheinlich bin ich schon einige Male vorbeigelaufen. Also, das wird jetzt echt zu viel. Wir sehen uns, wenn ich dann dort bin. Bis gleich. Ich bin jetzt schon ganz spkus. Wie! 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 Wie!